ladies and gentlemen herzlich willkommen zurück bei grounded natürlich und ja wir sind immer noch auf der suche nach puppenleder und hast dich gesehen die gegend ist echt gefährlich und wird in einer tour angegriffen da ist der donut ja genau der donut war das ist halt immer noch eine ahnung man läuft herum und schaut und sucht und findet sich noch mal paketenförmige ach ja genau aber ich ganz 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 schwierig mein gott walter gucken wir uns mal weiter um körper Ihr Feuerameisen, ihr Gegner auf den Sack. Die ist da eine Riesenspinne, ey. Ich habe jetzt keinen Bock gegen dich zu kämpfen. Ist das nicht so, dass du jetzt irgendwie ein Problem für mich darstellst? Ja. oh alter ihr seid es also die die komische scheiße schmeißen erforschen wir mal das neue zeug leuchtfarbe knallgeschosse westenpapier hecken obsidian schwer die rostige spiel besten sachen kann man da brauche ich wahrscheinlich den schild dazu andere zeug ja immer mehr heilung sicher sicher ok wenn wir jetzt im moment warten ja als zu willen es ist voll ist dass man ja nicht das beinchen machen können ach warte mal wir können eigentlich in der zeit sachen rausschmeißen die man nicht mehr brauchen ich habe noch die minz batzen dabei gehabt ok wespenanzug naja gut wo sind wir wissen dass der riesen reifen angehen die richtung mal gucken ja einfach mal markieren vielleicht sehen wir sehen wir noch ein paar nason käfer ja was denn das schaut aus wie so ein baumstumpf oder irgendwie sowas kann man sehen nicht wenn ich und wenn ich was ich 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 oh ein ja chicken chon heute sprülle checken kann und heute blick die man auch gleich mal zurück und auch forschen doch das mal was habe ich gehabt wie schicken ja ich habe jetzt eigentlich mit dem was besseren aber auch im holz spiel da bin ich gespannt bilder pfeile ich würde rapiere ok und motten geben wir haben schon wieder so viele neue sachen gekriegt stechmücken stache ok blutbeutel und rost rost ok decken zahlen mussten sein bienen zapfen teil ok interessant interessant ja und das sind die da ameisenkopf aber puppen leder an wenn ich wüsste wo ich poppen leder er kriegt gut auch zum mit dem holzartigen gebilde mann schwert meister warte mal ich habe doch bei dieser mutation doch irgendwas mit warte 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 club meister weißt du als großer mensch ängste nur über diesen sturm raum stumpf als kleiner junge links der mutter warte haben wir unsere die All venomous, all deadly. Diese Zecken. Also was ist denn hier passiert? Wir haben hier auch ein Forschungslabor. Ich habe mich auch mal da überhaupt drauf kommen und der ist auch wieder so eine spinne. Ach. Ja, praktisch, keine Ahnung. Wo ist ein Zahn? Kanagt der Zahn der Zeit. Oh mir. Ja. 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 Na, ja. Da ist ein goldener Zahn. Nicht da hoch. Hä, wie soll man da hochkommen? Hier geht es erstmal bergab. Das ist doch schon mal... Oh Gott, Leute, wo sind wir hier gelangt? Und es geht tiefer in die Höhle. Okay. Ja. 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 Interessant. Und... So, so... Mal alles so findet, ey, wenn man ein bisschen... Oh. Oh. Okay. Äh... Versperrt. Das kann nicht sein. Okay. Okay. Schau mal, da haben wir. Okay. Okay. Mal. Mal. Wunder quallen. Okay. Mal. cast. Mal. Wunder. Mal. 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 möglich du hast mich nicht gesehen deswegen kann ich gerade nicht wechseln kurz verstecken hier oder mal gucken was die sache ist okay okay nix ist mit einem halbigen hammer okay wir haben einen nashornkäfer endlich nicht okie dokie schon mal da haben wir schon mal gucken wir brauchen ihn hier ok das heißt wir brauchen noch fünf diesen komischen teile um nashorn ja und puppen leder aber ich halte die klappe nicht mal alle alter ja ja aber geht es so wunderschön so viel spinn wo bin ich denn jetzt am arsch des berges hier geht es dann guck mal doch einfach mal da geht es eigentlich nicht weiter ja ist gut komischer kugelkäfer da ist einer da ist einer attacke du da 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 eigentlich müsste ich dahinter um den den mixer zu aktivieren Das ist ein kaputtes Rohr. Was man alles findet hier? Irgendwas hier drin? Oh ja. Da sag ich doch nicht, nein ey. Und da ist ein goldener Zahn. Da gibt es saures. Okay. Oh nein, da war der Zahn. Okay, gut zu wissen. Wir haben doch hier noch ein paar solche Labore, die wir nicht erreichen konnten, weil sie doch versperrt waren. Oh ja. wo haben wir da ist ein labor wenn ich eigentlich den immer späerchen was habe ich denn da eingesammelt ja 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 so habe ich ihn da jetzt gericht was ist das ein gieseldorf platz 11 greift nach etwas auf der rechten seite es fühlt sich wichtig an chance beim blocken den schild automatisch zu reparieren ok ok gab es hier noch irgendwie was wichtiges noch mal meere das weiß ich und dem waren wir ja schon ja ja da geht es in die tiefe ja ja mal mal da drüben war doch noch was genau ja ja richtig da sind wir auch nicht rein gekommen ja irgendwie was da ist was das war's ok machen wir denn noch was ja im sandkasten war ja auch noch was im sandkasten genau haben wir noch irgendwo was gehabt mal überlegen ist es eigentlich gerade gar nicht ja ja aber ladies and gentlemen ich bedanke mich fürs zugucken wir sind am ende einer folge angekommen ja und wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder ich werde mich mal erkundigen wo mal hier dieses puppenleder her kommt und in diesem sinne habt noch viel spaß und bis zum nächsten mal tschau